Neue Runde, neues Glück, gewinne, 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 einmal abräumen, freie Auswahl, so läuft das hier beim Angeln bei Okami, wenn man das irgendwie richtig hinkriegt oder so. Und wir müssen jetzt ganz komisch, ganz komische Minigames hier spielen, deshalb immer in die entgegengesetzte Richtung ziehen von wo der Fisch ist und im grünen Bereich bleiben, ganz, ganz schwierig, so wie das bei anderen Fischgames auch ist. Egal, ob das Zelda ist oder, da wird geschnippelt, schnippt, yeah, oder Stardew Valley oder sonst was, ja, genau, wir spielen das Fische-Minigame und willkommen bei, oh, da ist er, El Grande, den will ich haben, der hat auch den, wahrscheinlich den Schlüssel gefangen, das ging schnell. What? Yo! Riesenlachs, genau, und damit herzlich willkommen bei Okami, Okami, dem Supergame, wo wir Supergames machen, ja, erste Sahne läuft doch hier, oder? Erste Sahne, Fischfilet, so muss das funktionieren und wir haben hier wieder, ah, technische Probleme, jetzt funktioniert wieder alles, super, duper, okay. Ja, da ist unser Fisch am Start, wow, das war ja ein Großer, ja, natürlich war das ein Großer, der hat auch den Schlüssel gefressen, den wir brauchen, um in den Dungeon zu kommen, hm? Ja, das ist der Schlüssel, hey, da, 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 das ist der Ruinen-Schlüssel, ja, ja, er, er fiel direkt aus dem Maul von diesem großen Fisch. Jetzt kann ich oben drüben bei der Ruin retten, den, yay, ich werde diesmal ganz hineingehen, für mich gibt es jetzt keinen Wegrennen, Wegrennen, genau. Ups, jetzt klauen wir den Schlüssel, hey, gib mir das wieder. Hehe, gut gemacht, Emi, wir können schließlich nicht zulassen, dass dem Kind etwas passiert. Nun, auf was warten wir noch? Wir haben einen verlorenen Hund zu finden, in den Zuta-Ruinen. Ja, dann gehen wir in die Zuta-Ruinen, unser erster Dungeon, oder unser zweiter, ich glaube, der ist... Achso, er will, ah, er will, okay, ich verstehe. Ja, kein Problem, dann rennt er uns hinterher. Okay, der ist jetzt halt böse, können wir das Ding wegwerfen und dann mit ihm nochmal reden. Hi. Hey, was soll das? Das ist kein Spielzeug. Nun, zumindest habe ich jetzt den Schlüssel. Ich werde dann mal Ume retten gehen. Auf zu den Ruinen. Okay, er hat nicht den Schlüssel. Hat er den Schlüssel? Er hat den Schlüssel. Hä? Wie, er hat den Schlüssel? Nein, ich hoffe, ich habe es nicht verbuggt. Ich hoffe, ich habe es nicht verbuggt. Ah, er hat den Schlüssel, okay, ich verstehe. Also dann, let's go. Okidoki, kein Problem, gut. Er hat den Schlüssel nicht mehr, wir haben den Schlüssel und wir gehen jetzt irgendwo hin. Äh, uns bleibt wohl gerade nichts anderes übrig, als da zu buddeln. Ha, 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 ha. Hi. Wir sollten mal erhalten Stahl sehen, Sake. Sake aus dem Geist, bla, bla, bla. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut, dass der den bekommt, sobald der Schlüssel zwei Sekunden rumliegt. Okay, das ist natürlich doof. Das heißt, wir müssen erst den Weg freimachen und dann... Okidoki. Das heißt, wir können gar nicht hier alles in Ruhe freimachen. Schwubbli-Bubbli-Buh. Blütenblätter und Nu mitnehmen. Wegschmeißen. Holzbär, sehr gut. Holz geschnitzt, dann bla, bla, bla. Äh, sehr gut. Wegschmeißen. Blütenblätter mitnehmen und Exorzismus S. Okay, wunderbar. Wir bekommen alles einmal. Und so wie es aussieht, gibt es hier noch ein Haus, wo wir rein können. Tja, also von dem Minigame hatte ich mir irgendwie mehr gehabt. Verbraucht gebratenes Fleisch. Mhm, ja, 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 ja. Füllt den Magen. Gebratener Fisch. Auch okay. Mhm, sehr lecker. Können wir den mal mitnehmen hier? Können wir trotzdem mit dir reden? Das wäre super. Der Hund meines Sohnes, den er so liebt, heißt Uwe. Ich habe ihn vor langer Zeit im Wald gefunden und du stinkst nach Nougat. Gut, danke schön. Jawohl, passt alles gut. Kein Problem. Ja, okay, okay. Wunderbar. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo gibt es denn den Dungeon? Da unten rennt noch einer durch die Gegend. Der hat schlechte Laune. Was bist du denn hier? Oh, den kennen wir doch. Ist das nicht unser Susano? Oh, da ist der Dungeon. Ja, was kann das denn jetzt hier? Bist du auch zum Buddeln? Oder was bist du denn? Wir machen mal einen Kreis. Wir machen mal einen Kreis mit Bombe. Oh, vielleicht müssen wir da eine Angelbombe. Okay, er hat den Schlüssel wieder. Na ja, gut. Dann machen wir erstmal hier alles gründlich durch. Wir füttern ganz schnell mit Grünzeug. Kein Problem. Hm, schön. Kleine Hirschis und so. Jam, 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 jam. Kleine Hirsche und Rehe und so weiter und so fort. Jawohl, das gibt gute Punkte. Kein Problemo in Palermo. Dann gehen wir einmal durch das Tor durch. Prügeln da, alles kaputt. Hallo, hier wird geprügelt. Dankeschön. Super Kombo, hä? Oh yeah, die Kombo gefällt mir. So, da wird drauf geprügelt hier. Da wird der Hintern versohlt. Ja, hast du gedacht, hä? Du auch noch, maybe? Ja, hä? Hintern versohlen. Damage? Damage. So, wie sieht's aus mit Damage und Zeit? Ah, da ist noch einer. Ja, kein Problem, dann warten wir ganz schnell. Schön, aber dann können wir das Gebiet erstmal gründlich abklappern, wenn der sowieso den Schlüssel dahinten in der Ecke hat. So, das war eine 40er Kombo. Wie cool ist das denn? Okay, sind natürlich eine Menge schnelle Attacks. Come on, Buddy. Ich hau dich um. Da, 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 da. Sehr schön. Easy peasy, hä? War's das alles mit Damage? Das war alles mit Damage. Sehr gut. Komm, gib uns eine gute Statistik. Schaden und Zeit. Also, wir hätten schneller sein können. Vielleicht, wenn wir den großen Grund cycled hätten oder so. Blubbeldi, blubbeldi, blubb. Sehr schön. Und da liegt Susano. Da oben leuchtet's. Oh, der Goldleuchten-Heini war noch irgendwie speziell, ne? Bevor wir das jetzt mal vergessen, gehen wir einmal schnell da hoch. Zack, die, zack. Na komm, aber jetzt. Da gibt's eine Bombe und dann reden wir mit Susano und dann machen wir den Dungeon. Hier wird gebuddelt. Buddel, 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 buddel. Aha! Ist hier drin eine Perle? Nice! Cool, wow. Und das ist jetzt bestimmt die 20. oder sowas. Ja, die 14. Ja, okay. Wir haben echt eine Menge Perlen schon verpasst. Erstmal eine Bombe malen. Nein? Ey! Aha! Roll nicht weg, roll nicht weg. Sehr gut gemacht. Hallo! Hallo, Katzenstatue. Hm? Fahr dir mal das Gesicht von der Statue rein. Sie hat den gleichen leeren Ausdruck drauf wie du. Hatten wir nicht schon mal so eine Katzenstatue? Ich glaube, wir hatten schon mal so eine. Das ist alles? Mit dem muss doch irgendwas gehen. Hallo, Katzenstatue. Kann man die schieben? Hm. Tja, ähm... Ja, vielleicht tagsüber. Das klingt vielleicht gar nicht mal so blöd, hier mal tagsüber reinzugehen. Hier ist halt nichts, ne? Ich kann nicht mal so hochgucken, wie die Säule ist. Bisschen enttäuschend, ne? Nochmal eine Bombe. Tschüss, Katze. Nein, Tschüss, Katze macht gar nichts. Okay, einmal hoch. Auf der Katze Kopf. Okay, bei der Katze ist ein Alpha-Wand, da kommen wir nicht drauf. Okay, verstehe. Tja, das sieht schlecht aus. Hier gibt's nichts. Ja, vielleicht, vielleicht können wir bei Gelegenheit mal alle dieser Katzenstatuen Wandlöcher sammeln oder so, aber... Scheint nicht so zu funktionieren wie geplant. So, wir füttern erst mal die Vögelchens. Bevor wir mit Susano reden. Alles ist wichtiger als Susano. Los, Susanne! Hi, na, guten Morgen, alles frisch bei dir. Hast du deinen Rausch ausgeschlafen? Runter, Bello! Ha! Ich hab deine Stimme vergessen. Hä? Nicht du schon wieder, Bello! Hux, xux, warum musst du mir überfolgen? Ich bin beschäftigt, meinen neuen Geheimtechniken zu üben. Weißt du, in der Taka-Ebene hinter dem Wald nehmt ein schreckliches Ungeheuer. Es ist unter dem Namen Rot irgendwas bekannt. Und es gibt Gerüchte, die besagen, dass der Sonne hat Anhänger hat. Was meinst du mit Rot irgendwas? Der Name ist, ja, blablabla, ist ja auch egal. Ich muss die Taka-Ebene von diesem schrecklichen Monster erlösen, bevor er ist von irgendwem verletzt noch. Aber zuerst muss noch meine ultimative Geheimtechnik üben. Außerdem ist die Brücke zur Taka-Ebene kaputt. Also warum sich beeilen? Wenn ich diese Technik gemeistert habe, dann werde ich weiterreisen und die Bestie erschlagen. Selbst wenn ich durch die tosenden Knoten schwimmen muss. Und jetzt lass mich in Ruhe, natürlich. Ich muss hier ernsthaft trainieren. Du nerviger Clever, ich hab dir doch gesagt, ich trainiere, damit ich Rot irgendwas in der Taka-Ebene besiegen kann. Okay, ich werde mir jetzt was zu essen geben. Und jetzt verschwinde. Oh, njam, 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 njam. Du nerviger Clever! Ich werde dir das zu essen geben. Njam, 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 njam. Ich habe nichts mehr zu essen für dich. Geh und such dir irgendwas in der Umgebung. Okay, gut, kein Problem. Aber das Essen nehme ich gerne. Haben wir euch schon gefüttert? Füttern, 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 füttern. Yeah, sehr schön. Super, so viel Glauben, so viel Glück kriegen wir hier. Lucky. Ja, passt schon. Gib uns einfach die Skill-Punkte. Okay, war es da schon jetzt? Hier, supi. Okay. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren, aber... Wir könnten mal auf die Map gucken. Ich verstehe. Ich verstehe. Hi. Ich klau mal deine Kiste hier, ja? I hope you don't mind. Kampftipps. 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 Es gibt zwei wichtige Punkte im Kampf zu beachten. Es gibt den Bonus und den sogenannten Flora-Finisher. Als erstes mehr über den Bonus. Der Bonus ist die Belohnung für besonders gute Kämpfe. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Höhe des Bonus zu verbessern. Die Möglichkeit schnell besiegen. Die anderen kämpfen ohne Schaden zu nehmen. Ach, es geht gar nicht um den Schaden, den wir machen, sondern Schaden, den wir bekommen. Okay. Greife Gegner schnell an und weiche ihren Angriffen aus. Das ist das Geheimnis wie bei deinen hübschen Bonus-Einsack. Sammle die fallen gelassenen Münzen während des Kampfes ein. Als nächstes die sogenannte Flora-Finisher. Wenn ein Dämon die Welt verlässt, wird die Zeit langsamer. Benutze dann den Pinsel, um Pflanzen aus der Leiche zu machen. Die Überrasse kristallisieren sich zu Dämonenzähnen. Die benötigte Technik kennen vom jeweiligen Gegnertyp. Man muss herausfinden, welche göttliche Technik zu nutzen ist. Es gibt viele Geschichten über das Sammler der Dämonenzähne. Das Sammeln dieser Zähne wird sich sicher als nützlich. Ah. Das heißt, wir sollten mit Schnippi-Schnipp mehr machen, damit wir... Oh, wie lustig. Ich habe noch nie zuvor einen weißen Wolf gesehen. Wie lautet denn dein Name? Was? Komm schon, sag mir deinen Namen. Du magst vielleicht nur ein Wolf sein, aber die gesellschaftlichen Formen müssen doch gewahrt bleiben. Ich heiße Issun. Und dieses Feldkneu hier heißt Amaterasu. Das ist aber ganz schön lang. Wie wäre es mit Kreide? Ist das okay? Was mich betrifft, ich bin der berüchtigte Zahn... Händler. Ich bin ein großer Kiba. Der große Zahnhändler Kiba. Nun dann, Kreide. Du weißt, über die Überbleibsel der Monster Bescheid, stimmt's? Du weißt, dass du bekommst, wenn du die Monster besiegst. Ich spreche von Dämonenzähnen. Dämonenzähne? Alles, was du machen musst, ist dem Monster das Fell abzuziehen, damit sie einen Dämonenzahn fallen lassen, bevor sie verschwinden. Die Adligen lieben sie als Symbole ihrer Macht. Sie bezahlen jeden Preis. Als Landkreide hast du solche bei dir. Hehe, natürlich verlange ich nicht, dass du sie mir umsonst gibst. Ich, der große Kiba, habe Schätze, die überall in Nippon bla. Wir können tauschen. Klar wollen wir. Oh, er nimmt auch Reiseglücksbringer. Ah, nein, wir können Reiseglücksbringer holen. Ich verstehe. Das mit der Göttlichkeit habe ich noch nicht ganz verstanden. Erhöht die Göttlichkeit um 1, erhöht die Göttlichkeit um 8. Warum sollte ich dann die Göttlichkeit überhaupt, überhaupt ever um 1 erhöhen? Füllt den Magen komplett. Hm, für 15. Erzeugt heiligen Ton der Dämonen fernhält. Spende Geld, um im Schlaf fernende Wunden heilen. Er zieht Wertgegenstände in die Hände. Oh, wir brauchen die drei. Die anderen drei sind Consumables. Die sind uninteressant. Wir brauchen die drei hier. 50, 30 und 20. Das macht 100 Stück brauchen wir. Oh, wow. Okay, wir müssen eine Menge Finisher benutzen. Hi. Du bist nur ein Schild zum Lesen, ne? Geradeaus von Tutsu in rechts zur Taka-Ebene. Jo, kein Problem. Wo sind wir denn hier? Genau. Also, hier ist der eine Händler. Kein Problem. Gut, dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen, wenigstens. Und jetzt können wir den Seed holen und in die Tutsu-Ruinen gehen hier, ne? Oder ging es hier noch hoch? Was war denn hier oben? Waren wir hier oben schon? Oder kamen wir von hier? Ich glaube, wir kamen von... Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wo sind wir denn genau hier? Oh, wir sind... Doch, wir kamen von hier. Oh, das ergibt Sinn. Wir kamen von hier. Aber das ist wieder dieses Ding mit den Wasserrosen, wo ich nicht schlau draus werde. Okay, da müssen wir mal gucken, was da draus wird. Also, äh, irgendwas Interessantes bestimmt, aber nichts, was wir jetzt machen können. Okidoki. Wahrscheinlich ist das ein Wasserdungeon. Gut, also wenn wir da runterlaufen, dann kommen wir da lang, dann kommen wir da lang, dann kommen wir da lang. Easy peasy. Wir jumpen mal. Falsch an? Kein Falsch an. So, wenn wir hier runtergehen, dann sind wir hier. Es sieht halt alles so anders aus. Wir können mal kurz bei der Hexe vorbeigucken, ob das gilt als Waldgeist geweckt. Okay, und wir können kurz speichern gleich. Das wäre auch noch interessant. Ja, momentan sind wir eigentlich nur mit Nebenquests beschäftigt, ne? Hallo, Hexe. Ich wusste, du würdest kommen, weißer Wolf. Du wirst geplagt. Nun dann, wenn du Geld hast, bin ich bereit. Klar will ich, ja. Aha, na, lass uns mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Wow, es überkommt mich. Am Rande eines Sees benötigt ein kleines Kind Hilfe. Beschaffe den Schlüssel aus den dunklen Tiefen. Toll. Toll. Wow. Okay. Naja. Naja. Okay. Aber für 500 Yen, das ist voll in Ordnung. Das sind so 5 Euro. Voll okay. Wir haben ja jetzt momentan in der Tasche... Das sind 6 Euro. Das sind 76 Euro. Wir haben 276 Euro in der Tasche. Glaube ich mal. Das sind 5 Euro. Okay. Oh, da hinten ist noch Lila. So, der Kleine hat immer noch den Ding und den schleppen wir doch gleich rüber, wenn wir den Weg fertig freigeräumt haben. Denn wir waren noch nicht überall. Wenn, dann sind wir gründlich. Lalalalalala. Guck, wie gründlich wir sind. Haben wir das nicht schön gemalt? Wow. Guck mal, wie gründlich wir hier sind. Hör? Schön. Jawohl. Wow. Yay. So gründlich sind wir. Und Canicles. Gib uns noch mehr Punkte. Gib uns noch mehr Punkte, Canicles. Canicles. Los. Füttern mit. Damn hier. Nein, ihr braucht Grünfutter. Warum braucht alles Grünfutter hier? Gibt's doch gar nicht. Ja, 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 ja. Alle gefüttert. Alle kein Problem. Alles in der Kontrolle. So, wir haben 75 Punkte. Können wir dafür was kaufen? Nö, kann man nicht, ne? Bei 100 können wir weiter kaufen. 110 können wir weiter kaufen. 150, 350. Also dann. Okay. Sparen, sparen, sparen. Da oben ist das Loch in der Wand. Und hier war die Hütte von dem Jäger. Also dann, ab in den Dungeon. Was gibt's da hinten? Nur den Durchgang, ne? Okay. Gut, also dann. Wir hauen dich kurz um. Wir nehmen uns den Key. Dankeschön. Und wir gehen in den Dungeon. Du benutzt ihn doch eh nicht, du Stinkeberger, weißt du? Ich hab den Schlüssel. So, die haben wir gefüttert. Da hinten ist Susano, ne? Was kannte Susano? Ne, der wollte ja nicht mit uns reden, ne? Genau. Dann gehen wir jetzt in den Dungeon. Düm, 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 düm. Wie? Ich komm da nicht raus. Wollt's gerade sagen. Hier, sag mal. Was ist denn falsch mit dir? Haben wir die gefüttert? Haben wir gefüttert. Sehr gut. Also dann, erstmal einen Dungeon aufmachen. Die haben wir auch gefüttert. Sehr verlockend, aber... Waffen verbessern. Ja, ja, passt schon. Passt schon, passt schon. Waffen verbessern, wissen wir. Kiste hier? Ne, keine Kiste. Okay. Und wir gehen in den Dungeon rein. Let's go. Tja, vielleicht sollten wir speichern, aber... Hm, nun lass mal uns nach dem Hund von dem Jungen suchen gehen. Aber eigentlich hoffe ich, dass wir noch ein paar andere Sachen finden. Niemand hat diese Ruinen seit Ewigkeiten betreten. Denk doch mal darüber nach. Es könnte ein unglaublicher Schatzhort hier versteckt sein. Hehe, genug geredet. Lass uns suchen. Ja, 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 ja. Du bist mal wieder greedy, mein Lieber. Du bist ja wie Paimon. Nur mit Geld statt Essen. Hehe, hehe, hehe. Ah, okay. So, und jetzt? Willkommen im Forest Dungeon. Hallo, willkommen beim Dekubau. Hahaha. Ach, schön. Aber schön gemacht ist es. Okay, links von uns ist ein Speicherplatz. Das ist eine ziemlich seltsame geformte Statue. Sehe dir nur all das Moos an. Die muss ja schon seit Ewigkeiten stehen. Und was ist das lila Zeug da drin? Ich glaube nicht, dass du da reinspringen möchtest, Feldknoll. Wie wäre es, wenn du ein paar Seerosen reinmalen würdest, damit wir uns das mal angucken können? Klar, aber erst wird gelootet. Weiß man doch. Erst wird gelootet. Erst looten wir den Spaß hier. Jawohl. Ein Reiseglücksbringer. Kein Problem. Dann, ähm, Göttlichkeit verbessern. Ah, okay. Jetzt wird es interessant. Okay, also ich glaube, wir haben uns bis jetzt gerade im Tutorial aufgehalten. Kommen jetzt erst in das Gebiet, wo es relevant wird, diese ganzen Sachen zu machen. Wir könnten ja mal die Schriftrollen dann auch lesen. Also, oh, nnnn. So, konnten wir dich nicht zum Blüten bringen oder so? Da, blühen. Puff. Und jetzt zum Blühen bringen, right? Haha, ich habe es noch drauf. Ich bin gut, hä? Ich bin richtig gut. Njam, 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 njam. So, das ist das hier. Ich weiß, wir lesen gleich die Dinge, aber noch gibt es Loot zu holen. Also wird alles andere... Jaja, Stahl sehen, Sarke, kein Problem. Okay, noch eine Kiste. It's a trap. Vase, toll. Vase, deren Schönheit jede Blume überstrahlt. Ja, okay. Wir gehen speichern und lesen dabei die Dinger. Einmal zack-e-di-zack. Einmal zack-e-di-zack. Einmal zack-e-di-zack. Hier gibt es nichts mehr, ne? Auch nichts zu buddeln. Vielleicht sollten wir nachts mal hier rein. Vielleicht sehen wir dann die Buddeldinger. Okay. Step 1. Lesen, 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 lesen. Äh, Bessiarium. Äh, was bist du denn? Wacker. Dieser Missyriese-Charakter wird manchmal als Tau-Meister dargestellt. Manchmal als loyaler Jünger. Auf jeder Darstellung trägt er immer sein Schwert Pillow Talk. Jedes Schwert, das er sogar gegen Amaterasu erhoben hat. Dieser Kampf wurde dadurch gewonnen, dass jedes von Wacker geworfene Schwert runtergeschlagen wurde. Okay. Verstehe nicht, aber gut. Waffen verbessern. Göttliche Waffen können mit Goldstaub verstärkt werden. Diese seltene Pulver wird von Händlern sehr geschätzt. Nutzer ist, um die Angriffskraft eine Waffe zu verbessern. Goldstaub kann nur einmal und nur für eine Waffe benutzt werden. Außerdem musst du noch dies beachten. Waffen können nur begrenzt verbessert werden. Okay, also sie können mehr als einmal bedingst werden, aber nur einmal pro Golddingstar, genau. Glück verdient man durch Wiederherstellen der Natur und Füttern. Ja, soweit war ich schon. Glück kann deine göttlichen Attribute verbessern. Soweit war ich auch schon. Das kannst du verbessern. Solar, Tinte, Magen und Börse. Wähle Weise, um für deine Abenteuer gerüstet zu sein. Ja, und wie machen wir jetzt mit Göttlichkeit? Level verbessern oder so? Grün an Daumen. Buddeltipps. Kostkämpfung. Klinfüttern. Tipps. Legende von Ohochi. Waffen verbessern. Kampf. Jupp. Ich habe keinen Plan, was abgeht. Logbuch. Ume ist verloren. Hart arbeitender Sohn. Finde den Sohn. Und um den Sohn zu finden, müssen wir den Hund finden. Kein Problem. Easy. Prophezeiung. Ja, da ist der Dude mit den Dingenskirchens. Macht die Ruinen auf. Die Tierliste. Da dürften jetzt Rehe und Hunde neu sein. Jawohl, der Hund ist neu. Und das Reh ist neu. Sehr schön. Cool. Nice. I take it. Fischliste. Okay, wir haben Flusskrebs gefunden. Keine Ahnung, wo wir sonst noch... Oh boy. Glasperlen haben wir gekriegt. Wir haben die Vase bekommen. Und wir haben japanische Lackware bekommen. Wir haben noch einen Fisch gekriegt. Hier, den da. Seine Riesengröße belegt seine Reisen steile Wasser... Ne. Seine Riesengröße belegt seine Reisen... Seine Riesengröße belegt seine Reisen steile Wasserfälle hinauf. Okay. Ja. Genau, das war das Wichtige. Seine Riesengröße belegt seine Reise. Mhm. Okay. So, hier wird gespeichert. Und dann begeben wir uns in den Dungeon rein. Tja. Das scheint so ein klassischer Forest Dungeon zu sein. Ups. Okay. Okay, okay, okay. Hat das uns jetzt was vom Magen gekostet? Ich hoffe, das hat uns nichts vom Magen gekostet. Ich glaube, das Zeug... Oh, warte, was? Das mit den Seerosen bauen hat nicht so geklappt. Okay. Ähm... Tja. Also, ne? Und so. Seerosen und so. Upsi-dupsi. Ähm... Ja. Wie war das mit Seerosen und, äh... Okay. Wir wollen da drüben unten in die Statue nachher rein. Hat Esso nicht gesagt, wir sollen da Seerosen hinbasteln, damit wir da durchkommen? Oh, Junge. Ach, hier geht's rein. Lass mich raten. Hinter uns ist zu? Nein. Es ist offen. Was? Oh, 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 amigo, 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 hm? Yep, hab ich dich. So, wir, wir machen hier erst mal alles grün, ja? Grüner Daumen und so. Okay, unser Magen ist noch voll. Das heißt, nur wenn wirklich die HP leer, leer, leer sind, dann kommt der Magen zum Einsatz scheinbar. Cool. Okay, da können wir trotzdem hinkommen. Super. Super. Auf jetzt drauf, hm? Also, wir können auf jeden Fall außenrum schwimmen, aber das war es dann auch schon. Ups, vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Okay, noch, noch hat's geklappt, sehr gut. Vielleicht lernen wir hier nachher das Tauchen. So, wie es aussieht, könnte das ein Wasserforest-Dungeon sein. Hm. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wenn ich euch erzähle, wie wir in der nächsten Folge damit weitermachen. Ja. Und wir gucken mal, dass wir da noch buddeln. Komm mal, komm mal hier ran. Das machen wir. Super. Genau. Also, das ist zumindest so der Plan, dass wir damit in der nächsten Folge weitermachen. Und ich bedanke mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Das ging jetzt hier ruckzuck und wir haben einen richtigen Progress gemacht. So viele Nebenquests und so weiter und so fort. Wir sparen hier unsere Göttlichkeitspunkte auf. Wie das mit der Göttlichkeit um eins erhöhen geht, weiß ich nicht. Und da gibt's ja noch Items, die die Göttlichkeit auf max erhöhen. Aber das finden wir alles raus. Ja. Genau. Wir sind im Forest-Dungeon und da machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Adios, Amigos. Und Arrivederci bei Okami. Amigos.